Herzlich willkommen zur Kommentaren, kommentieren Hey, kann ich nicht hin? Ich krieg die ganze Zeit Partikel! Es liegt an meiner Ausweichstellung! I did all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. Ich habe Angst vor meinem Leben. Sag schnell, ich habe Angst! LEL! Mann, Martin, das sind so viele Menschen! Ja, ja, ich wegführe halt mein Tech schon weg, also... Martinik! Ich lecke extrem! Martinik! Ich lecke nicht! Mann! Ich habe noch nie so geleckt! Ich stompe jetzt einfach! Äh, du machst Archer? Attacke! Bist du tot? Nein, ich habe gewonnen! Ich habe ihn gestorben! Ha! Ich wurde gestorben! Mein Freund, ihr mich packt! Oh, Alter, war das ganz Neues! Nein! Die Verbindung trennt! Ist geschehen! Ja! 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 Ich habe nicht gekonnt! Ich habe nicht gekonnt! Ey, Martinik! Warum bist du tot, Martinik? Da kam jemand aus München aus. Ich habe zu spät gemerkt! Ich habe erst Geräusche gehört, und dann war es zu spät! Ja! 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 Ey, du bist so ein fetter Hurensohn! Ja! 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 Was? Man braucht einen Bogen, um den zu kleben. So ne Pussy. Kleb einfach über den Lava, du Wiese. Mann, komm jetzt her und kämpf wie ein Mann. Du triffst mich doch eh nie mit einem Feuerkugel. Thank you so much for watching me, Obama. Thanks. Ohohohohoho.... Wartest du, aber, wir brauchen dann noch der Druck... Martinik, wenn du auf die Druckplatte... Ich bin tot. Die, die... Ich wollte es sagen, wenn man auf die Druckplatte geht, bekommt man Pfeilschaden. Ja, und ich. Ah, scheiße. Bist du auch tot! Also hä, das, die Liede... alles klar, wie so ein Staubsauger ja, das ist echt so Mates? ja ich lege, ich lege ja, du bist tot Mates, ich lege ich lege, hab ich gesagt Mann, Anton er so, ich lege, ich lege, ich lege, ich hab gesagt, ich lege ja, Anton ist, ich lege, ich lege ist echt so Mates lege Mathe he ey, danke Robby Was? Ich bin an der Liane hängen geblieben. Ey, Ecker. Oh, da unten, guck mal, wie viele... Oh, oh. Nicht, nicht, jemand. Nicht, nicht, jemand. Ernsthaft? Maxim, ich habe bei Gendler die Chance so niedrig, dass ich daran sterbe. Ich bin gestorben. Aber ich kann trotzdem kein Holz mit der Axt abbauen. Warum? Hä? Was soll denn da nicht funktionieren? Das geht nicht. Das ging auch vorher bei UFC nicht. Du musst den Autoklicker halt ausstellen, ne? Ach so. Das ist halt so dumm, du dumme Nuss. Hä? Junge, Alter, dann hätte es ja hießen, dass ich Äpfel fang. Ja, mit Autoklicker klickst du tausendmal auf das Holz. Du bist so ein dummer Mongo, ne? Er hat ja echt Autoklicker an, oder? Ja. Oh, Maxim, guck mal, wo ich bin. Komplett unauffällig. Hä? Aber was musst du denn da machen? Pass auf, das ist nicht. Ich kann nochmal die Stats auf 0,8, ne? 0,04. Okay, jetzt hat er 0,03. Ich schau mal nach, ob ich die jetzt... Er hat jetzt wirklich 0... Coolest kid, quits. Ja. So, ich kann euch jetzt auch... Ich kann euch das nie zeigen. Okay. Okay, jetzt... Entschuldigung. Vielen Dank.